Ja, wir befinden uns heute an der Landwirtschaftsschule Winkelhof. Ich bin der Georg Sprengl, der Direktor von dieser Schule. Die Direktvermarktung spielt eine sehr große Rolle und darum haben wir uns entschieden, Heulbetrieb zu werden. Wir haben heuer in der Schule das Projekt die Heultrocknung gehabt. Wir haben ein Drei-Boxen-System, jeweils zwei Boxen mit 120 Quadratmetern und eine Rundballen-Belüftung mit 12 Lecker, fast 24 Heulen. Das Besondere an der Schule ist, dass es eine sehr praxisorientierte Schule ist und für diesen Praxisunterricht brauchen wir Lehrwerkstätten. Wir wirtschaften auch seit über zehn Jahren biologisch und jetzt sind wir in einem Bio-Heulbetrieb und das ist natürlich schon ein sehr hoher Standard, den wir da erreichen. Die größte Herausforderung war bei uns, dass wir ein Drei-Boxen-System in unser bestehendes Gebäude einbringen. Und die Firma LASCO hat uns da sehr unterstützt, weil mit der Planung sind wir sehr zufrieden. Wir können mit einem Lüfter und mit einem Zweuchter das alles fahren und es hat die Zusammenarbeit super funktioniert. Eine Investition in der Größenordnung in einer Landwirtschaftsschule geht natürlich nur mit einem Ausschreibungsverfahren. Und im Endeffekt ausschlaggebend für die Entscheidung ist einmal die persönliche Betreuung in der Planungsphase, dann die Technik eine wichtige Sache und im Endeffekt natürlich die ökonomische Seite des Preis-Leistungsverhältnisses. Die Anlage war in der heutigen Saison im Einsatz und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir können jetzt Heu produzieren, vom Schnittzeitpunkt her ähnlich wie bei der Silage. Somit haben wir die Möglichkeit, dass wir wirklich ein sehr hochwertiges Futter produzieren. Untertitelung des ZDF, 2020